There is a beautiful bucket on the ground, obtained bucket. Blöde Puppe da. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was ein Bucket überhaupt ist. Vielleicht irgendwie so eine Art Geschenk oder sowas. Ich schau mal ganz kurz. Ich google das mal eben. Da hört mein Englisch dann leider wirklich auf. Also das war ein B-O-U-Q-Bucket. So, warte mal, hier haben wir es schon. Äh, ne, ich brauche da eine Übersetzung von meinem Freund. Es ist ein Blumenstrauß. Ein Blumenstrauß. Wo können, ah, ich weiß wohin. Natürlich, das geben wir jetzt diesem komischen Face, was da in der Wand ist. Der will ja Blumen haben, denn soll er seine Blumen bekommen. Hm, tut mir leid. Bringen wir ihm also seinen Blumenstrauß. Da freut er sich. Flourish. Da hast du. Hand it over the bucket. Heelige Scheiße. Unbalanced Box. Hard in Custody. Oh, schöner Raum. Auch gar nicht creepy und so. Oh Gott. Oh Gott. Lady in Red. Ah! It's locked. Die da hinten will doch bestimmt laufen. Die da hinten will doch nicht laufen. How many paintings of women are there in this room? Ach, du Scheiße. Enter Password. Oh yeah, jetzt geht's los. How many paintings? Mit dem gezählt sind es auf jeden Fall schon mal vier. Fünf, sechs, sieben. Zehn. Was ist das hier? The hanged man. Ah! This was one of the paintings in the gallery. Inspect the whole body. Inspect the fate. Sieht cool aus. Closest. Da! Fünf, sechs, zwei, neun. Fünf, sechs, zwei, neun. Das habe ich vergessen, wie viele Bilder wir schon hatten. Also nochmal. Hier oben haben wir schon mal fünf. Sechs, sieben. Zehn. Vierzehn, denke ich dann mal. Bleh. Ja, so sind es auf jeden Fall dreizehn. Ich sag mal vierzehn. Da war's a sound. A full ways of, äh... Ich hab da ein Geräusch gehört. Wonderful days. Ze gallery is like a spooky amusement park with lots of strange things. It's so much fun playing here. The day was over before I knew it. Isn't it a fantastic place? Why, uh, why don't you join me here? You'll never be lonely with all this company. Uh-huh. Please do not touch the displays. If, be, uh, if by any chance you damage any exhibits, you will be ex... Some of the letters are missing. Wir sollen also kein Zeug anfangen. Alter, wieso läuft denn jetzt da hinten? Password. So, fünf, äh, sechs, zwei, neun. Scheiße. Vielleicht, äh, ach, logisch. Ist ja klar. Pass mal auf. Das ist umgekehrt. Das musst du umgekehrt lesen. Also in dem Fall... Sechs. Fünf. Neun. Fünf. Nee, dann ist das eine zwei. Zwei. Oh, wie schwer das gerade ist. Sechs, zwei. Genau. Das sollte hinhauen. Sechs, zwei, neun, fünf. Weil der hängt ja... Der hängt ja kopfüber. Das Biest wandert mir zu viel. Also sechs, zwei, neun, fünf. Jawohl. There was a sound. It depicts, äh, a waste on the table. Ah ja, ich sehe da schon was. Und ich habe schon verkackt. Hallo? Hast du gemerkt? There was a sound. Da war nämlich eine kleine Markierung auf dem Boden, die man kaum gesehen hat. Äh. A mannequin hat. Was war das hier früher? I don't think it was. Da ist noch ein Raum, in dem wir noch nicht waren. It's locked. Ah! Alter, wieso sind hier aber immer zwei von denen? Ich speichere mal ganz kurz. Oh, wir sind durch. Fange ich wieder bei eins an. Bilder hier können wir aber nicht ansehen. A mirror. Das wäre ein schöner Screenshot. Das ist ein schöner Screenshot. Ich kann ihn nur leider gerade nicht machen, oder? Kann ich? Ich weiß es gar nicht. Oder vielleicht kann ich... Naja, da müsste ich jetzt... Ne, 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 das lasse ich jetzt mal. Muss ja nicht unnötig rumspielen. Hä? A mannequin hat. What's that? When did this get into the room? Ich weiß es nicht, aber... Hä? Huh? Hä? What, what, what is that? You... You... Why you... Cover your eyes. Stop, Gary! Right, Ip. My... That was a matter of me. Well, let's go. Das wäre keine gute Idee gewesen, glaube ich, den Kopf da zu treten. Alter, ey, es werden ja immer mehr. Wir brauchen so einen verdammten Schlüssel. It's locked. Hier hast du auch gelockt. A window. Alter, das werden immer mehr. Da liegt der Schlüssel. Wir müssen ihn ablenken. Komm her. Komm her. Nein, ich kann nicht laufen. Scheiße, 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 scheiße. Wieso sind die Grünen so schnell? Nimm ihn doch, nimm ihn doch. Oh, there is something on the ground. Obtain the grey key. Huh? Huh? It's locked. Huh? Alter, man kann kaum noch irgendwo lang laufen. Ich will nicht resten. Couple. It depicts a family man and woman. These two are... What is it, Ibe? Huh? The people in this painting are your dad and mom? Aha. They do resemble you a bit, Ibe. But why would such a painting be down here? Uh, where are they? They? Huh? Well, I can't say that I know Aiza. Oder Aiza, I believe. Don't worry, they must be somewhere. I thought she was a sore kid. But this is even getting to her. A large bookcase. Ah, I think this could be moved. Don't move it. We could move it. We could move it. Got it. Step back a bit. Have hope. Yes, I think that will be done. Da kommen wir nämlich hier hin. Aber wir können da gar nicht hingucken. A large bookcase. Können wir den nochmal schieben? Ich glaube nicht. Also mit dem Stuhl hier. It's a fix to the door. Da passiert gar nichts, wenn wir uns drauf sitzen. The door won't open. What? Are you kidding me? The door was wide open. The dead sound, is it coming from outside? Something at the door. Be careful, Ipe. Ich will nicht. Ich will resten. Ich will resten. This is no time to be sitting around. Scheiße. Fenster, Fenster, Fenster. Fenster. The door won't open. Ah. Game over. Scheiße. Wann haben wir denn das letzte Mal gespeichert? Auf jeden Fall sind hier schon Viecher. Da ist noch gelockt. Wo hatten wir den Key? Der Key ist noch nicht hier. Was ist denn hier noch? Ah, der Spiegelraum. Im Mirror. Immer noch im Mirror. Da ist das Ding. Bla bla. Bla bla. Nochmal der Mirror. Mit dem Face im Hintergrund. Ah, er erschreckt sich. Weak. Was ist das? Ich will es treten. Nein, hör auf damit. Besten Dank fürs Aufhören. Du hast recht. Ja, lass uns lieber abhauen. So. Der Key. Wir müssen erst mal das Fichter weglocken. Uhu. Uhu. Schlüssel. Nein, ich habe nicht damit gerechnet, dass hier noch rauskommt. Speichern. Nein, ich will nicht. Nein. Ich will nur speichern. So. Und jetzt. Jetzt. Moven wir das Ding auf die andere Seite. Move it. Right. So. It's covering the window. Oh well. Hätte ich auch vorher dran denken können. Couple. So. Jetzt kommt wieder die Story. Das sind meine Eltern. Das ist Mami und Papi. Die Tür wird nicht öffnen. Hallo. 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 Komm in und spiel mit mir. Ich will sitzen. Oh Kacke. Scheiße. Aber jetzt kommen wir da durch. Nein. Wir müssen sie erst mal locken. Scheiße. Die kreisen dann immer gleich so ein. Alter. Wie viele kommen denn da? Alter. Oh. Scheiße. Was ist denn hier los? Die Tür ist offen. Alter. Das ist ja schlimm. Alter. Das ist ja schlimmer als auf dem Friedhof. Ein sehr bekanntes Gefühl. Alter. Wie willst du denn da hinkommen? Ohne zu sterben. Meine Herren. Okay. Einen Schlüssel haben wir. Alter. Verwalter. Nach rechts. So. Wir wissen. Die kommen nach rechts aus der Wand raus. Ty. Was? Wieso kann ich jetzt noch mit der Tür interagieren? Ach ja. Genau. Wir müssen erst mal mit dem Bild. Nein. Nein. Mami und Papi haben die Tür verschlossen. Ich will da durch. So. Wir gehen mal direkt hier hinten hin. Und warten hier. Und danach gehen wir unten lang. Hier unten. Und nudeln uns durch. Komm her. So. Und jetzt schnell durch. Schnell durch. Schnell durch. Habe ich gesagt. Schnell. Links. Runter. Links. Runter. Links. Hoch. Links. Ja lauf doch noch langsamer. Setz dich doch hin. Trink noch einen Kaffee und nimm einen Keks. YouTuber. Oh. Das. Das. Das wird auch vor genug. Das wäre ich glaube. Wir sind schon klar. Wir sind schon sie. Wir sind sie. Are you ok? Ive! Stay with me now! I... And there wasn't... Black? Black... Oh no... Oh no... 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 Hä? 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 Ich will hier raus. Ich... ich... ich will nicht. Wo sind wir? Ah! Rise and shine, Ipe. How do you feel? Fine. Not great. I had a nightmare. I see your poor thing. I can't say I'm surprised. Being exposed to such frightful sights, you know. Perhaps I should have woken you. I'm sorry, I didn't even notice. I... would you take a look in the pocket of that coat? There's a piece of candy. You can have that. Feel free to eat it. Let's rest here a while longer before we set out again. Wo sind wir hier? Untitled. Rules of the Art Gallery. No loud conversation. No photography. No food or drink. No touching the displays. No fortune pens. No leaving ever. No leaving ever. Fun pictures. It's filled with lots of large drawings. The weight. Ah! Rosen. The weight is out of water. No! Ich will... Nein! Ich will nicht. Nein. Klein nochmal speichern, weil wir die Rosen haben. Ah! You can sleep if you want, okay? This room seems safe. Make sure you get well rested while we are here. Okay. Können wir denn... Können wir? Pick up. Okay. I'm ready. Oh, my coat. I nearly forgot... Thanks. Sorry to keep you. Now let's go. So, von hier sind wir glaube ich gekommen. Was gehen bei dem ab? Die sehen alle so schön aus. Von hier sind wir gekommen. Können wir da... Okay. Let's not go over there anymore, okay? Okay. Wir gehen nie wieder dorthin. Noch so ein schöner Raum. Hallo? Hallo? It's locked. There is a peephole on the door. Look inside. You don't see anything. Was ist das da rum? No. The exit is locked. Blocked. Oh, nö. Red button. Press. Ja, das war klar. Das war so klar. Wahrscheinlich müssen wir die... Scheiße, wir haben voll verkackt, glaube ich. Wir haben... Ah! Wir müssen... Wir müssen... Ein blau... Ich will grün. Da hinten ist grün. Wir müssen grün, 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 grün. Green button. Press. Was? Ein Bookcase? Was? Oh, kack. Jetzt sind wir am Arsch. Jetzt sind wir am Arsch. Jetzt sind wir am Arsch. Oh, Leute. Was ist denn das für ein Spiel? Sag mal. Ja, ich will. Oh, mein Code. Okay, wir gehen direkt runter. Hm. Ich gehe jetzt nicht zur Tür. So, okay. Wir versuchen gleich den grünen Knopf zu finden. Ich weiß nicht, ob man sich das auch hätte sparen können. Ah, fuck. Ei. Ah, scheiße, ey. Ah, hier unten können wir vielleicht... Wenn wir hier unten sind... Können wir vielleicht die anderen verarschen und... Jit, 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 jit. Wieso? Warum ist der immer noch zu? Ich will mit dir reden. Oh, mein. Okay. Ah, kacke. Ich wollte eigentlich gerade lang. Pfff. Boah, das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich gehe da nicht mehr hin. Map, map. So, ich spare mir das einfach mal hier gerade links. Milk Puzzle I have heard of Milk Puzzle Nein, ich weiß nicht, was es ist Well, as the name implies It's a puzzle where all the pieces Are white like milk Since there is no picture on them They are much harder Than regular puzzles Very smart people can finish them In no time at all But to be honest There are no exciting Not exciting Since they don't even make a picture in the end It feels much more Worse it To do a puzzle of a picture you like I know, my English is grandios Fleeting Zeus Zeus, genau Thors on a moonlight night Ein Spiegel Hallo Hallo Ist das die Tür, wo wir vorhin? Sheesh The statue is blocking the way Okay, that should do it A cord hangs from the sailing Unlock the door Ach, jetzt sind wir hier Easy Das Schöne Dann müssen wir nicht so weit laufen Toll, hier ist gelockt Was ist die Geschichte mit diesem Panel hier? Können wir etwas in? Ich habe keine Ideen bekommen Let's look around Irgendwie sowas gerade Ich habe gerade nicht richtig Was? Ich dachte gerade, da wäre noch was Der Größenunterschied einfach, weißt du Er ist einfach so dreieinhalb Meter oder so Und sie ist irgendwie so einen halben Meter groß Da tut sich was beim Bild Ich glaube, wir müssen Wir müssen, glaube ich, dieses Dingens hier unten machen Boah, ich will so gar nicht da rein Ich speichere nochmal Ach nee, ich habe gerade gespeichert Wir gehen direkt 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 Gehst du links, rechts Du gehst da lang Okay Hier lang Hier lang Runter Runter Ich habe gesagt hoch Da Ich habe gar nicht Ich habe nicht gelesen Ist das wirklich alles, was es sagt? Du könntest etwas über den Exit gesagt haben Let's go out of here Exit 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 Gar nichts Wir müssen natürlich verarschen Wenn wir es hier hinten haben Hier hoch Komm bitte hier hoch Genau Dann haben wir nämlich unten freie Bahn Ah, verdammt Ich drücke jetzt Nee Noch nicht drücken Wir müssen uns noch mehr verarschen Wir drücken erst hier oben den grünen So Den grünen Knopf Genau Und jetzt runter Runter, runter, runter So, weiter verarschen Hoch Blauen Knopf Press Nein, kacke Hoch Roten Knopf Drücken Drücken Oh, das tut sich gar nichts Da hinten ist es offen Oh Boah, my goodness Ey Wir haben nur eine Rose verloren Ich weiß nicht, ob wir das jetzt gerade machen mussten Ich habe keine Ahnung So, vielleicht mussten wir das Puzzle solfen Immer noch gelockt Im Westenspiegel gucken Sehen wir ein Stück müder aus Wahrscheinlich Wenn ich nochmal hier dran ziehe Kann ich nicht Ach There is some text On the wall What is the title Of the large room Painting Gertinos Exhibition Gah Could it be a password The big fish painting Right Did you see that one Ibe Big fish painting Big Fish Painting But What was it I think it was Something of the deep Hmm What was it Word Ibe Can you give me A letter To jog my memory Of the deep What of the deep R A V Boah Was war denn das Nochmal Ja AV Of the deep V View Of the deep Isn't that a bit Straightforward I get the feeling That's not it That sounds right Realm of the deep Realm Of The Deep Except I feel like the title Carried a Grand sense of scale Ah well At any rate Where are we To use this password Wahrscheinlich Hier hinten Spiegel Spieglein Spieglein An der Wand Wer ist die Schönste Im ganzen Land Ah This must be What the password Was for Let's try Realm of the deep Nothing happens Weil der steht So davor Bäumt sich auf Realm of the deep Abyss of the deep Und nichts passiert Äh Warte mal Da war ja noch was V Wie Ah ne V hatten wir schon Kacke Na nochmal Wir hatten jetzt V hatten wir Wir hatten R glaube ich Und wir hatten A Äh ne A hatten wir noch nicht Abyss of the deep Okay Ist das eigentlich ein komisches Teil da oben Ich glaube das ist ein Pfeil Der einfach nach oben zeigt Bin mir aber nicht 100% sicher Okay nochmal Abyss of the deep Yay There was a sound Das sieht aus wie ein drache Separation What an offputting painting What the lights It's too dark to see Are you there I'm here That sounds good to hear Stay right there alright But this is a problem Ah that's right I forgot I had a lighter Ich will gar nicht wissen No stop Don't Huh Don't What is this Don't kill Irgendwas I don't think this is Good for my mental health Ist doch lustig I found myself Finger over her Beautiful And as she lay there My eye Gary closed the book Wait until you get older To read this kind of stuff Ah ja The woman here Like playing Love me Love me not Ja Was Ich kann es nicht lesen Wegen der Rose A notice to all visitors There is a strict ban On fire starting Implements In the gallery When Re Irgendeine quest Or sowas That you please report The use of matches Lighters or like Should use The search In order to be Resported to stuff Okay Okay Äh Aha Ja klingt Sieht gut aus Gehen wir mal rein Was Voll in die Fresse Whoa Are you okay Ah wait Hey Are you Could you be one of the visitors to the gallery Eh As I thought I'm Gary And this girl is Ipe We were in the art gallery But soon enough Found ourselves lost In this odd place So now we are both Trying to find a way out Presumably You are doing the same I I was looking to see If there was anyone else To I wanted to get out So I Ah I knew it Well Would you like to come with us Huh It's dangerous To be alone here There are lots of Strange creators around Creators So Will you come with us I think It would be The It would be best If we all stay together Yay I will come Then it's decided Oh What's your name Mary Mary then Nice to meet you Yeah Um Nice to meet you Ipe Nice to meet you too Hehehe Thanks Alright Now that have That we have more company We can proceed With our spirits Hi Yay The forest of quarrel Eine rose Say Seeing as Ipe and I both Have roses Mary Do you perhaps Have a rose as well Yeah I do A yellow rose Ah so you do You too keep Sue safe Don't you dare lose it And don't give it to anyone And Wow I miss rose red My rose is yellow I like yellow But I also like pink Oh and blue Learn to listen What you Bisschen verspielt die Kleene War Ein Zettel Which one Is it really Flowers of jealousy Here Here Can we Speichern If we Speichern Können Is that Vielleicht Der richtige Weg It's locked Red Eyes The love Of This Painting This room Why must it be so Unsettling Oh really I think it's cute What about this is cute I just think it is What about eh I wanna Not sure It's cute I wanna pet Not sure What do you mean Not sure Well alright then At any rate Let's try to get out of this creepy place quick I'll feel like I'm being watched in this room Talk about unsettling Watched in this room Rune of the heart If your mind suffers too much You'll be soon start to hallucinate And in the end Did it break apart And more worrying yet Is it You will not even be able to recognize the fact The rabbit ornament has shattered Something gleams amid the shard Obtain the violet key Wir haben Schlüssel bekommen Warte mal Ich soll mir jedes Detail ansehen Jedes Detail A rabbit ornament 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 B змch A rabbit ornament Okay Ich habe alle Details angesehen Lass mich in Ruhe Sound comes from the painting Huh? That sound getting closer Was? Something came up from the ground This This is bad, get away from the painting Ipe, watch out Oh shit Are you too alright? Ah, that scared me Ipe, are you hurt? No That was scary It was certainly startling But as long as you're not hurt But with these things in the way I can't get over there Maybe I can cut it down Wait, with this The wines are made of stone What to do? Hi Ipe You got the key in that room, right? Maybe that key Opens the door there We might find something to get rid of Of these in another room So hey Can we go look? Oh, well I wonder if you'll be okay I wonder if you'll be okay I'll be fine, right Ipe? I'd rather not split up Oh, why not? Why be back really quick? I can't think of anything else I suppose you're right As much as I hate to have to split up But if you don't find anything Make sure you come straight back, okay? Then we'll rethink about what we can do Yeah, got it Okay, let's go Ich will aber nicht Be careful, you two Wines made of stone blocked away Oh, so Meine Lieben Dann werde ich an der Stelle Erstmal eine Aufnahmepause einlegen Nach anderthalb Stunden Jetzt langsam Brauche ich denn doch mal Ein Päuschen Ich bedanke mich an der Stelle Auf jeden Fall fürs Zuschauen Rein theoretisch dürften Bis jetzt Ja, je nachdem Wenn ich jetzt irgendwie 30 Minuten Parts gemacht habe Irgendwie drei Folgen gewesen sein Ansonsten Knapp Fünf Ungefähr So oder so bedanke ich mich Auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen Und wir sehen uns dann wieder In den nächsten Folgen Von Let's Play Ipe Bis dahin See ya